Hallo und herzlich Willkommen bei Crazy Looms mit Anna. Anna, das bin ich. Ich bin mittlerweile 10 Jahre alt und wohne in München. Wie ihr seht, dreht sich bei mir alles um Loom-Gummis. Meinen Kanal gibt es jetzt seit einem halben Jahr und seitdem hat sich einiges getan. Im Mai bin ich bei Rainbow Loom Loomster of the Week geworden und ich bin sogar bei den Loom Artists 2021 dabei. Das hat mich total umgehauen. Ich entwickle meine Figuren alle selbst und nehme mir dabei bekannte Charaktere als Vorlage. Ich würde mich mega freuen, wenn euch auch das Loom Fieber packt und ihr mehr ein Abo da lasst, um keines meiner Videos zu verpassen. Auf meiner Facebook-Seite poste ich regelmäßig alle Neuigkeiten und freue mich über eure Kommentare. Wenn ihr nicht selber loomen wollt, könnt ihr meine Figuren ab jetzt auch in meinem Etsy-Shop kaufen. Jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß beim Stübern auf meinem Kanal. Tschüss, eure Anna. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. wind twin .